Hallo liebe Kinder, in diesem Video möchte ich euch einen deutschen Künstler vorstellen. Gerhard Richter ist wahrscheinlich der bekannteste deutsche Künstler und auch einer der teuersten. Seine Bilder erzielen bei Kunstauktionen viele Millionen Euro. Ihr fragt euch bestimmt, warum Menschen so viel Geld für Bilder ausgeben. Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Für die Käufer sind Kunstwerke Geldanlagen, wie Aktien, die irgendwann im Preis steigen. Dabei geht es oft gar nicht mehr um die Kunst. Wir wollen uns jetzt lieber mal ein paar Bilder von Gerhard Richter anschauen. Richter hat damit angefangen Fotos abzumalen. Da die Fotos unscharf waren, malte er sie auch genauso ab. Solche Schwarz-Weiß-Bilder kennst du vielleicht aus alten Fotoalben. Wie sie früher benutzt wurden. Auf ähnliche Weise malt er auch Äpfel oder Apfelbäume. Oder Blumen. Das Bild sieht fast aus wie ein Foto. So realistisch ist es gemalt. Dann malt er Kerzen. Er malt Wolken. Und dann wieder ganz anders Häuser oder Berge. Städte von oben. Wie von einem Flugzeug ausgemalt. Bei diesen Bildern wird Richter immer abstrakter. Und wenn man näher herangeht, dann sieht man nur noch Pinselstriche. Dann werden die Bilder farbig und ganz gegenstandslos. Er benutzt auch keine Pinsel mehr, sondern trägt die Farbe mit einem großen Gummischaber auf die Leinwand auf. Es entstehen Bilder, die aus farbigen Streifen bestehen. Man hat den Eindruck, als ob Richter immer wieder etwas Neues ausprobieren will. Als ob es ihn langweilt, immer auf die gleiche Art zu malen. Mich erinnert dieser Künstler ein bisschen an Picasso, der auch sein ganzes Leben immer wieder Neues ausprobiert und entdeckt hat. Irgendwann kam Richter auf die Idee, einfach farbige Karten zu nehmen und damit Bilder zu machen. Was glaubst du, wie diese Bilder entstanden sind? Meinst du, er hat überlegt, na, da kommt ein Blau hin und da nehme ich Gelb. Wie es mir am besten gefällt. Er hatte eine einfache und, wie ich finde, geniale Idee. Er hat den Zufall seine Bilder malen lassen. Oder genauer gesagt, er hat die Farben gewürfelt. Und so ein Bild kannst du jetzt auch machen. Du brauchst dafür sechs Farben und gibst jeder Farbe eine Zahl. Bei mir ist eins violett, zwei rosa und so weiter. Jetzt fängst du an zu würfeln. Bei mir ist die erste Zahl eine 3 und ich nehme Rot als erste Farbe. Dann würfel ich eine 1 und nehme als nächstes Violett. Nun würfel ich eine 2, Vorsicht Katze, und nehme rosa. Eine 5 und gelb und noch eine 5. Jetzt eine 4 für grün. Als nächstes kommen dann 6, 2, 5, 4, 1, 2 und immer weiter würfeln und die Farben legen, bis das Bild fertig ist. Für deine Farbfelder kannst du farbiges Papier benutzen oder auch Kästchen mit Stiften ausmalen, wie es dir am besten gefällt. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Bilderwürfeln. und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Bilderwürfeln.